Und dann geht es weiter mit den Rückkämpfen im ersten Finale zum diesjährigen Fall vor zwischen den Pass-Forrenten und den Tv2. Was soll das? Nichts zu viel Sinn. Schürner-Absturm aus der Bewegung. Abel! Abel! Hummus! Abel, Abel! 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 Nimm Druck! Rekst, reing Schiebe, reing Schiebe! Rekst, reing Schiebe! Rekst, reing Schiebe, reing Schiebe! Schiebe! Nein! Schiebe, reing Schiebe! Zwei weitere Bezähler, Kuttawert, nicht für den Führernraum, wenn man das freie Wertum. mit 90 Euro für Allmechanist, Abi! Ja, ja, ja! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Ja! Ahmet, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! 6 zu 9 9 15 Amen, 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 Amen! Keine direkte Überführung in die gefährlichen Lage, sondern eine Kontraaktion, somit nur zwei Wertungsbote für Blau, 11 zu 6 Führung und das rechte Challenge geht zurück in die rote Ecke. Klick ist ein Tor, anreißen jetzt! Los Passiv! Los Passiv! Los Passiv! Es geht nur zurück, ja? Ahmet, da war ein Jacker! Ahmet, bitte gleich weiterzufangen! Schön! Ahmet, bitte komm! Ahmet! 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 Los Passiv! Los Passiv! Los Passiv, Los Passiv! Ahmet, aber gleich! Los Passiv. Los Passiv, Los Passiv! Ahmet,ワke auf der erste N buy. Schapet, Los Passiv! Ahmet, cannif! Ahmet, rein, Agresten 자öne stellen, hinzu! Ahmet, devom! Ahmet, ein, zwei Schatt, in Oslo? Bağlam! Hadi be! Bağlam! Check! Ja! Ahmet! Ahmet! Aldın puan. 30 saniye hadi oğlum. Full press! Ahmet! Ağmet! 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 Geğen abone! Kapı! 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 Yaaaa! Ağmet! Yaaa! Eine Zweierwertung. Anschließend verlässt Claudio Ralf und die Bescheidung der Cessler. So wird es gut an der Cessler führen. So wird es gut an der Cessler. Am Ende Fubiota Schusche und ein 12-11 für den Jugendmann in den Rot.